hi und herzlich willkommen zum heutigen video mein name ist andre ich bin zertifizierter hundetrainer und verhaltensberater von der online hundeschule deine-hundeschule.com und heute geht es um das thema wie du dir unnötige wurmkuren bei deinem hund sparen kannst das video heute ist eine bezahlte kooperation aber ganz wichtig ich gehe nur kooperationen ein wenn ich hundertprozentig überzeugt von dem produkt bin und diesmal bin ich das natürlich auch und zwar geht es um wtewo und wtewo bieten wurmtests für zu hause an das heißt man kann proben von dem eigenen hund nehmen kann sich die app herunterladen kann die proben einschicken wie das ganze funktioniert wie das ordern könnt wie der ganze ablauf ist das erkläre ich euch noch mal ganz genau gleich am laptop aber so wisst ihr schon mal worum es geht also es geht um wurmtests und das ist eine wunderbare sache weil ihr eurem hund ebenso unnötige wurmkuren ersparen könnt die jedes mal eine chemiekeule für den hund sind normal sagt man oder tierernste empfehlen vier wurmkuren pro jahr durchzuführen das heißt der hund bekommt viermal im jahr nur wurmkur ob er würmer hat oder nicht wenn man das vorher nicht testet und normalerweise wird das nicht vorher getestet sondern die meisten hunde bekommen einfach circa viermal pro jahr eine wurmkur um würmer die eventuell da sind abzutöten weil das problem bei wurmkuren ist dass sie nicht präventiv wirken die können immer nur das abtöten was da ist also die wirken nicht vorbeugend dass man die verabreicht und bekommt der hund keine würmer sondern die wird verabreicht wenn wir mal da sind werden die abgetötet und wenn der hund dann am nächsten oder was weiß ich eine woche später wieder kot frisst wo wir mal drin sind dann infiziert er sich neu und mit diesem test kit könnte das überprüfen ob der hund überhaupt eine wurmkur benötigt es gibt verschiedene version von den kitsch die wir uns gleich wie gesagt noch anschauen die günstigste variante kostet 29 euro da ist alles enthalten auch das porto zum einschicken der proben und beim tierarzt schwanken die preise also ich habe preise gefunden von 45 euro für so eine für so einen test quasi es gibt es auch günstiger muss da natürlich über die zeit mit einrechnen und vielleicht auch die fahrtkosten hin zum tierarzt zurück und so weiter aber das könnte natürlich selbst dann auch vergleichen was sie lieber möchte oder was günstiger ist aber es ist nur richtig richtig gute alternative finde ich und das einfach do it yourself von zu hause zu machen wenn der hund dann befallen ist dann kann man auch direkt die medikamente über diese app bestellen über die website das heißt es ist ein in sich geschlossenes system dann würde ich sagen gehen wir an laptop ich zeige euch das ganze mal und wünsche euch ganz viel spaß dabei so nun am rechner wir öffnen google geben wtewo ein dann öffnet sich auch sofort die suchleiste und rechts findet ihr dann direkt das fenster wo ihr dann auf die website von wtewo klicken könnt dann findet ihr oben eine menüleiste und zwar hund pferd katze app und über uns wir interessieren uns natürlich für das thema hund und dann seht ihr auch direkt darunter wenn ihr darauf klickt auf hund da gibt es die wurm test da gibt es die dna test die allergie test dann gibt es ein urin test flöhe und zeckenmittel nahrungsergänzung und pflege und bundles klickt euch einfach mal dadurch das ist super interessant und ja macht spaß da sind wirklich tolle produkte enthalten wir interessieren uns natürlich heute speziell für die wurm test und wenn ihr darauf klickt dann öffnet sich direkt die nächste seite wurm test für hunde du willst deinem hund überflüssige wurmkuren ersparen könnt euch noch mal so ein bisschen informieren was das produkt beinhaltet und direkt darunter habt ihr dann die verschiedenen produkte zu den wurm test das ganze fängt an mit dem wurm test plus hund testet auf fünf wurm arten inklusive lungenwürmer und giardien das ist die teuerste variante die kostet 59 euro dann gibt es den wurm test pro hund testet auf vier wurm arten und giardien den habe ich kostet 39 euro dann gibt es noch den wurm test hund den standard wurm test der testet auf die vier häufigsten wurm arten bei hunden kostet 29 euro gibt es noch ein jahres paket das sind dann vier wurm test ein giardien test ein lungen wurm test und es gibt ein durchfalltest hund der testet auf coronaviren paroviren giardien und kryptosporiden ich speziell habe wie gesagt jetzt den wurm test pro hund erhalten und habe den ausprobiert ich werde euch gleich noch mal zusammenfassend erzählen welche erfahrung ich damit gemacht habe ein paar bilder einblenden und ja so sieht das ganze aus kostet 39 euro und dann seht ihr unten in dem kästchen noch einen ganz wichtigen punkt und zwar kostenloser rückversand der proben box an unser labor das heißt ihr müsst das nicht extra frankieren da kommen keine kosten auf euch zu wenn ihr einmal die box kauft ist quasi alles enthalten und dann auch das ergebnis zu erhalten und wenn du dann noch ein stückchen weiter nach unten scrolls da siehst du alle wichtigen informationen so alle stationen auf einen blick rechts kannst du die box schon mal anschauen wie sie aussieht wenn sie aufgeklappt ist da sind die drei proben boxen drin drei holzstäbchen und du siehst auch den qr code den kannst du dann einscannen wenn du die app runtergeladen hast dann gibst du die daten deines hundes im vorfeld ein und dann ist das ganze schon mit deinem hund quasi verknüpft die test box und dann geht es eigentlich ans proben sammeln das heißt drei tage am stück werden proben gesammelt und sobald du die zusammen hast schickst du die direkt ab und innerhalb von 24 stunden nachdem die proben angekommen sind im labor erhältst du in der app dann den befund deines hundes und kannst dann auch über die app medikamente bestellen falls sie notwendig sind wenn man dann noch ein stückchen weiter nach unten scrollt dann sieht man wie das aussieht wenn man die ergebnisse erhalten hat das heißt im ersten schritt ergebnisse der präzise befund hilft dir gezielt zu handeln dann gibt es noch hintergrundwissen informiere dich über die parasiten die deinem vierbeiner zu schaffen machen und zu guter letzt dann die behandlungsoption erfahre wie du deinem liebling helfen kannst und bestelle bei bedarf das passende medikament und darunter was ich noch ganz spannend finde ist noch mal ein video euer wurmtest hinter den kulissen im wtevo labor das wer interessiert ist kann sich das natürlich auch gerne mal anschauen wie das ganze dann da so abläuft dann sieht man auch wie professionell das ganze ist noch ein stückchen weiter unten findet ihr dann kundenrezensionen dann könnt ihr einfach mal schauen falls euch das interessiert was andere leute für erfahrungen mit diesem produkt gemacht haben ich kann euch aus meiner erfahrung sagen ich finde es ist eine super sache ich habe mich riesig gefreut als ich von dem produkt gehört habe wollte die kooperation auch unbedingt machen weil ich kann jetzt war die möglichkeit proben einzuschicken bevor man praktisch nur wurmkur verabreicht ich fand so immer sehr umständlich dass man das über den tierarzt machen muss das heißt ich muss zum tierarzt hin und so weiter und so fort und über so eine box die ich mir einfach nach hause schicken lassen und das ganze von zu hause aus machen kann und dann auch die nötigen medikamente über die app bestellen kann das finde ich ist viel viel einfacher und deswegen kann ich das auf jeden fall empfehlen weil es auch einfach richtig richtig gut funktioniert so final zeige ich euch jetzt im schnelldurchlauf meine station mit dem wurmtest so ist das ganze bei mir angekommen und zwar habe ich für jeden hund ein wurmtest bekommen ich habe jetzt erst mal nur ein für wolke gemacht und habe dazu noch einen allergie test bekommen den werde ich auch noch testen da werde ich euch natürlich auch erzählen was ich für erfahrungen damit gemacht habe und so sieht die box dann von innen aus dann habe ich drei tage am stück proben gesammelt habe das ganze frankiert und abgeschickt und habe dann auch zügig eine e mail bekommen dass die proben im labor angekommen sind und habe dann auch zügig mein ergebnis bekommen und wie ihr seht hat wolke keine würmer also alles gut kein medikament erforderlich und jetzt hier im letzten foto seht ihr die produkte noch mal auf einen blick die ich erhalten habe und bekommt auf alle produkte 20 prozent rabatt und den rabattcode findet ihr in der infobox so ich hoffe das video war informativ für euch wenn es euch gefallen hat würden wir uns über den daumen nach oben freuen wenn ihr noch mehr videos von uns sehen möchtet abonniert den kanal dann hören und sehen uns beim nächsten mal bis dahin und liebe grüße tschüss euer andré und wolke prima